Ihr gebt die Liebeshöhle, die du da gemalt hast. Ja. Ihr gebt mir Kraft, um das hier zu gewinnen. Feuer, Feuer, oh Gott. No way! Vorne links. Hast du es gesehen, wo er war? Ich glaube, ich hätte da die Granaten geworfen. Fällt nicht, dass ich in seine Richtung muss. Was? Sehr stark, wie hast du den gehört? Er hat gehustet. Es war sein Tod. Ich hätte mich nicht umgedreht, wenn er nicht noch mal gehustet hatte. Ich hätte geschwören können, dass der nach vorne gerannt ist, damit er als erster in der Zone ist. Was war eben die Erfolgsstrategie? Wir haben eine Fragezeichen-Quest am Anfang. Ja. Das machen wir wieder mal. Ich bin mir relativ sicher, dass du das kämpfst. Ja. Ja. Ich dachte einfach nichts. Was zum Sterben. Ich bin mir relativ sicher. Ja, aber hier ist noch einer. Irgendwo hier ist hier noch einer. Was ist dieser Typ hin? Weißt du, wo das ist? Im Bunker. Ja. Hier ist einer bei mir. Im Bunker. Der ist im Bunker. Dann können wir mal das Loadout holen. Geh du Loadout holen. Und ich halte den Deckel im Schach. Okay. Kannst gehen. Steppt auf jeden Fall hier unten rum. Gerade. Weißt du, was cool wäre, was es noch so als non-lethal geben müsste? Ja. So was, was man quasi so eine Art Webcam, was man aufstellen kann. Dann hat man links unten im Bildschirm dauerhaft diese Webcam laufen. Jo. Hast du ihn jetzt getötet? Ja, er wollte rauskommen. Da ist aber noch einer oder was? Okay. Alter. Die waren da zu zweit? Die waren zu zweit. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Vor allem hat der zweite einfach um mich geschossen. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Und trotzdem hat er mir irgendwie die Chance gegeben, ihn zu killen. Ja, nice. Auf dem Kopf. Geht gerade jemand zum Loadout. Wollen wir den holen? Jo. Okay, mehrere. Mehrere Leute dort. Oh, du bist mit dem Dingswurf gegangen. Das waren die gleichen. Du hast einfach die Typen, die eben im Bunker waren, nochmal getötet. Wo ist der andere? Luki, Luki. Keiner auch noch nicht gesehen. Ja. Im Haus. Ja, das sind die beiden. Da ist wahrscheinlich direkt losgerannt. Leiser. Wo da? Ab nur. Alter. Wie wir die gegrieft haben, man. Geht da close. Gerade bei mir gesagt, ah, hier oben hat geschossen. Wir müssen in die Zone. Richter. Wie wir die halt echt gegrieft haben, ne? Erst sind sie im Bunker drin und wir lassen sie nicht mehr raus und danach teamwipen wissen, dass sie aus dem Spiel raus sind. Selber schuld, wenn man sich mit uns anlegt. Läuft einer. Zwei. Ich snipe mal. Einer ist gedowned. Der andere noch bei dem Holz? Ja, der, ne, der ist jetzt nach links zum Haus gelaufen. Ah, ok. Naja, muss ja gleich da rauskommen. Immer den 6-Volt. Ist hinten rausgelaufen, glaube ich. Ja, ist hinten weggelaufen. Ähm, da die Richtung. Ich hab übrigens ne Munitionsbox, wenn du brauchst. Ach so, willst du's annehmen? Ähm, es sah so aus, als wär der jemand am Dings. Am Haus. Ja. Ok. Ja, siehst du trotzdem noch zwei? Ich bin hier komplett im Offenen. Bist du gebrochen, beim 1? Sind die unten oder oben? Oben, glaube ich. Ja. Oben. Alter, wie er mich fast knockt. Uiuiuiuiui. Was ist die jetzt einfach? Hab eingebrochen, aber... Frag incoming. Hebt den jetzt gerade wieder auf. Frag going out. Einer ist unten, hast du's gesehen? Ja. Einer ist down. War der mit der Shotgun. Einer ist unten. Einer ist unten. Sehr. Schön. Ja, dann nehm ich mir mal seine... Was hat er hier? Ein Sniper? Vorne. Nehm ich jetzt hinter die Hütte. Er macht Platten rein Geht durchs Gas Weiß nicht wo sein Kumpel ist, ach nee, war Team Vibe Team Vibe Wir haben relativ viel Geld, wo ist hier jetzt kein Shop? Oh wie viel Geld wir haben Ach krank Müssen halt dann eh gleich weiter Bist du oben? Ja, wir kämpfen grad zwei Teams Nein Okay Was zur Hölle Kann ich hochkommen oder nicht? Nee jetzt nicht mehr Schütz dich mit dem Airstrike Meinst du die müssen dann weg? Sag wenn ich hochkommen kann Ja Kannst jetzt hochkommen Okay dann muss ich jetzt noch warten bis der Airstrike weg ist Ich glaube sie sind runter gesprungen Ich habe keinen Bock, dass sie hier noch irgendwo sind und dann gleich hinter uns stehen Ja so zum Beispiel Oh und jetzt geht mein Fallschirm nicht auf Kommt hier bei mir 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 Nimm seine Waffen Bei mir hier Ja Rüstung, der hat alles Nimm seine Sachen Kommt wie viel Geld du hast Ja Ja Wir haben halt wieder keinen Shop in der Nähe ne Er hat wirklich alles alles Da ist ein Shop Wollen wir irgendwo fliegen und dort nochmal hingehen ist halt risky wahrscheinlich ne Ja hinter uns ist ein Ballon Ja hinter uns ist ein Ballon Da laufen gerade welche Shit Einen habe ich Wo ist der andere? Rechts von mir Habe ich Ist tot Noch einer hinter uns Ich glaube dir nur einer auf dem Hang Der war da irgendwo Ich habe Self-Revive gekauft Hört sie auf eins Kommt näher Kommt näher Ist gedowned Und nicht tot Jetzt tot Dann wollen wir Oh ich würde echt zum Loadout gehen fast Soll ich noch eins werfen? Ne ich mache jetzt meinen UAV an Hinter uns Über uns Hinter uns Da sehe ich ihn gerade Na Hm Hm Nice Da ist noch ein zweier Team bei Blau Kriegt ihn er dort noch? Hm Hm Da ist schon gebrochen Ab den einen down Der andere ist da hinten dran Ja komm wir gehen ein bisschen näher oder? Ja du auf jeden Fall Hier kann man gut hin Ah die hat ein Self-Revive der ist wieder aufgestanden Sind jetzt da Sind jetzt da Da Ich sehe sie nicht mehr Doch da Einer ist komplett tot Was ist denn der andere? Blaues Haus Geht aber gern die Waffen von dem ersten Okay schön weg zu sein Noch ein Team hier hinter dem Haus Kriegen wir die? Ja hier links Kommen wir jetzt wieder zurück Heut closed Weiter hinten hat uns einer gesehen Hast du den weiter hinten oder unter uns? Die beiden unter uns Unter uns Cluster hat uns Cluster kommt Ich bin hier im Schutz des Hauses Da sitzt er Direkt neben der Mauer Ich hab ne scheiß Waffe auf die Entfernung Da oben ist noch einer Einfach mal frecher hier oben ins Haus rein Achso Ja stark Wir müssen jetzt ein bisschen in die Zone gehen Kämpfen hier in dem Haus Soll ich zu dir kommen? Wir müssen halt gleich Richtung Zone Kannst du machen Aber ich krieg den einen hier wahrscheinlich Der müsste jetzt gleich hier rauskommen Einer down Nice Team Vibe Dann noch einer Ein anderer muss dich wieder Ja keine Ahnung Ja ok Team Vibe Ja mach halt noch ein Team Vibe Warum auch nicht? Ja muss auch mal hier auf meine Punkte kommen Ja Ich glaube dass da hinten welche sind Aber ich hab nur geraten Ich hab nichts gesehen Und ich Hier links von uns wird geschossen Ja lass die mal kämpfen oder? Wo da? Klar gern Wir Team sieben Leute Ja drüben sind garantiert noch welche Ich seh einen Ich kann auf die Entfernung eh nix machen Hinter diesem Haus ist ein Haufen da oder was? Ja war der eben ja Ich hab uns die extra Platten mal hierher geholt Die liegen neben dir jetzt Hey Ist jeder welcher? Hab einen Ja nice Hast du gedowned? Hier unten vor uns Hier unten vor uns Da drin Wir müssen weg Ja hier drin Kann man nicht durchschießen Jetzt mach dein Cluster Muss reingehen jetzt Mach mal Einen hab ich down Nee Er hebt ihn jetzt gleich auf Er ist zweit da drinnen Ja Hebt den jetzt auf Jetzt gerade hebt den auf Immer noch Immer noch Immer noch Immer noch Beide aufgehoben Rechts Der hat mehr Jawoll Sehr gut getroffen Sehr gut getroffen Rechts Sehr stark Ok 2 gegen 2 Ne 1 gegen 1 Du hast noch einen Airstrike Mach den einfach irgendwo hier hin oder? Bring on the Airstrike Das ist Phoenix 3 Strike inbound Gas ist closed Again Feel I'm checking his sightseller Oh my No anhebats Back to back 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 Back to real life Back to real life Back to-back Back to back Kann man nochmal machen Kann man nochmal machen Kann man nochmal machen Vor allem guck dir mal die Kills an. Richtig krank. Im normalen Battle Royale, alter.